Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen durch Zusatzleistungen gewinnen. Und dazu sind wir dieses Mal zu zweit unterwegs. Mit mir hier im Herner Studio ist heute live und in Farbe mein Kollege Frank Hüßgen. Hallo Frank. Hallo Marco. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, vor kurzem ging es bei uns an der Steuerbar schon mal um das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und ein Baustein dafür sind Zusatzleistungen, welche den Arbeitnehmer an das Unternehmen binden sollen. Welche Möglichkeiten hier der Arbeitgeber hat und was sich der Arbeitnehmer wirklich wünscht, das besprechen wir im ersten Teil. Und im zweiten Teil geht es dann darum, welche dieser Zusatzleistungen unter steuerlichen Gesichtspunkten vorteilhaft und somit sinnvoll sind oder unternehmerisch sinnvoll sind. Ja, und dazu haben wir natürlich wieder einen Gast zugeschaltet, womit ich dann mal an Frank weitergeben darf, der euch unseren heutigen Gast mal genauer vorstellt. Genau, wir freuen uns sehr, dass heute Lena Ernst dabei ist. Lena ist hauptberuflich im Einkommensteuerreferat des Bayerischen Landesamtes für Steuern im Bereich Lohnsteuer und Investmentsteuer beschäftigt. Darüber hinaus ist Lena neben und freiberuflich als Dozentin im Bereich Lohnsteuer tätig. Ein wichtiger Hinweis noch, Lena ist heute in nicht dienstlicher Eigenschaft hier im Steuerbar-Podcast dabei. Ja, Lena, erstmal hallo an dich. Schön, dass du heute dabei bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Genau, Lena. Wir machen das auch eigentlich immer so. Wir fangen mit so einer kleinen Einstiegsfrage an. Und für diese Folge wäre die Frage, dass ja für viele der obligatorische Kicker im Aufenthaltsraum eigentlich das Sinnbild für New Work oder auch für das Thema Mitarbeiterzufriedenheit ist. Das ist aber wahrscheinlich nicht das, was du meinst. Was wollen denn die Arbeitnehmer jetzt? Ja, ich bin jetzt natürlich kein Arbeitsmarktforscher, aber ich vermute mal, Arbeitnehmer wollen das, was wir alle wollen. Ein Job, der uns Spaß macht. Bei diesem Job, der uns Spaß macht und interessiert natürlich auch gute Arbeitsbedingungen, eine Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Freizeit, Hobby und natürlich auch die Wertschätzung durch den Arbeitgeber für das, was man leistet. Und natürlich, last but definitiv not least, ein gutes Gehalt, einen guten Lohn dafür. Genau. Was wir ja auch vorher, was ich da schon gelesen hatte, waren eben, dass die Zusatzleistungen immer wichtiger geworden sind in den letzten Jahren. Woran liegt das? Also werden die Arbeitnehmer immer anspruchsvoller? Ich denke mal, die Arbeitsmarktsituation, die spricht dafür, dass Arbeitnehmer sich leisten können, immer anspruchsvoller zu werden. Also die zwei ganz großen Tendenzen, würde ich mal sagen, die man so beobachten kann auf dem Arbeitsmarkt, sind ja die Arbeiterlosigkeit und auch diese Great Resignation, also diese immer kürzere Verweildauer in einem Job und diese große Wechselbereitschaft, die Arbeitnehmer zwischenzeitlich haben. Und von daher wissen Arbeitnehmer wahrscheinlich um ihren Wert, den sie haben auf dem Arbeitsmarkt und Arbeitgeber, die Talente halten oder auch neu gewinnen wollen, die tun wahrscheinlich gut dran, sich zu überlegen, wie sie es diesen Arbeitnehmern, die sie haben wollen, nett machen können, sage ich jetzt mal. Und dieses Nettmachen, dafür gibt es wahrscheinlich so ganz grob zwei verschiedene Bereiche, einmal ein wertschätzendes Arbeitsumfeld zu schaffen, sodass die Mitarbeiter gerne bei der Firma tätig werden und natürlich auch dieses wertschätzende Arbeitsumfeld durch finanzielle Anreize positiv zu begleiten. Sag mal, bei den Zusatzleistungen, kannst du da sagen, was ist denn da besonders gefragt? Ist das eher monetär oder geht es da nicht so sehr ums Geld? Also wäre Freizeit zum Beispiel wichtiger? Vermutlich geht es um beides. Also diese Vereinbarkeit von Privatleben mit beruflichen Aspekten, das denke ich, ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber natürlich, wenn das Gehalt nicht passt, die finanzielle Vergütung nicht passt, dann bringen einem die besten Arbeitsbedingungen nichts. Von daher, denke ich, ist beides wichtig. Und was jetzt so am beliebtesten ist, es kommt vielleicht auf die Perspektive drauf an, also fragt man Arbeitnehmer, fragt man Arbeitgeber, wahrscheinlich ist es für beide gleichermaßen wichtig, dass am Ende meist möglich beim Arbeitnehmer ankommt, also dass möglichst wenig unterwegs verloren geht an Steuern und Sozialabgaben. Und das ist so ein bisschen der Punkt hinter diesen ganzen Zusatzleistungen finanzieller Art. Natürlich könnte der Arbeitgeber einfach auch mehr Geld und mehr Gehalt zahlen, aber mehr Gehalt kostet halt auch Lohnsteuern, Sozialabgaben. Und es gibt halt eine ganze Palette an Zusatzleistungen neben dem Gehalt, die Steuer- und Sozialabgaben begünstigt sind, also die es dem Arbeitgeber so ein bisschen billiger machen, dem Arbeitnehmer nebenbei was zu gewähren. Also heißt das quasi, dass Gehalt gar nicht mehr den großen Stellenwert hat wie früher? Oder glaubst du das immer noch, der Punkt eins? Ja, Punkt eins weiß ich nicht. Also es ist gleichermaßen wichtig, wahrscheinlich auf der gleichen Ebene wie der sinnstiftende Aspekt der Arbeit. Also man liest ja überall vom Purpose, den Arbeitnehmer sich erwarten. Also warum bin ich überhaupt hier und was mache ich bei diesem Arbeitgeber? Und von daher glaube ich, ist es beides für einen Arbeitnehmer wesentlich, sowohl bei dem Arbeitgeber zu erkennen, was er dort macht, was er dazu beitragen kann und gleichermaßen dafür vergütert zu werden. Also ich glaube, fast die Hälfte von der Generation Z hat ihren Job schon mal gewechselt, nicht weil sie zu wenig Gehalt erhalten, sondern weil sie das Gefühl hatten, dass sie aus ethischen Gründen einen Jobwechsel vollziehen sollten. Also von daher glaube ich, beides ist wichtig. Ich bin im Hauptberuf Finanzbeamtin, natürlich bin ich bei den Geldaspekten wesentlich fitter dabei als bei den Purpose-Aspekten. Von daher glaube ich, Arbeitnehmer wollen letztlich beides. Also heißt, trotzdem scheint der monetäre Aspekt weiterhin ja gefragt zu sein. Also gefragt sind, du hattest uns ja auch einen Artikel zugeschickt, beziehungsweise wir haben diesen Artikel natürlich auch vorbereitend gelesen. In der Welt war der, glaube ich, aus der Welt, den würden wir auch verlinken, in den Shownotes dann zu der Folge hier. Und da stand drin, dass neben der betrieblichen Altersvorsorge, die auf Platz 1 ist, auch Benefits wie Gesundheitsvorsorge, kostenlose Getränke oder Jobticket genannt werden. Da gab es jetzt so einen kleinen Widerspruch. In diesem Artikel waren zwei Infografiken. Die erste Infografik war einmal ganz klar monetär ausgerichtet. Ich glaube, da ging es darum, wie Arbeitnehmer ihren Job auswählen. Und da war ganz klar Altersvorsorge, Ticket, Dienstwagen, Gewinnbeteiligung und sowas. Also rein monetäre Aspekte eigentlich auf den Top 5, sage ich mal so. Und auf der zweiten Grafik, da war gefragt, was Arbeitnehmer wichtig finden. Da waren eher nicht monetäre Punkte, sondern New Work Aspekte, wenn man so will, aufgeführt. Also Flexibilität, Sinnhaftigkeit, also die Sachen, die du gerade so ein bisschen angesprochen hast. Also das fand ich so ein bisschen komisch. Kannst du da was zu sagen? Naja, das Erste braucht man definitiv, um sich sein Leben selber auch schön zu machen, um leben zu können, um sich wohnen, essen und Freizeit leisten zu können. Und das Zweite, das Sinnstiftende, das ist dann halt der Aspekt, der jeden von uns früher oder später einholt. Geld allein macht nicht glücklich. Man will ja bei der Tätigkeit, die man ausübt, das Gefühl haben, man könnte was beitragen. Wenn man jetzt ausschließlich sich nach sinnhaften Tätigkeiten orientieren würde, könnten wir alle auch kostenlos im Ehrenamt arbeiten. Aber das ist zumindest meine Perspektive. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten, die nehmen ja eher so ein bisschen ab. Vielleicht ist das auch so ein Grund dafür. Also weniger Tätigkeiten im Verein, weniger kirchliches Engagement, irgendwie so das Sinnhafte im Privatbereich. Tritt vielleicht im Vergleich zu früheren Generationen ein kleines bisschen zurück, dann braucht man den Sinn vielleicht verstärkt auch im Job. Vielleicht kann man es so auch so ein bisschen erklären. Also von wegen New Work Aspekt oder wie du gesagt hast, dieser Wohlfühlfaktor, sag ich mal. Da wurde ja auch der sogenannte Feel-Good-Manager oder die Feel-Good-Managerin erwähnt. Hatte ich auch schon mal bei einem Arbeitgeber, eine Feel-Good-Managerin damals. Ist das mittlerweile Stand der Dinge? Also ist das Standard, einen Feel-Good-Manager einzustellen? Ich glaube, Standard ist es nicht. Aber wahrscheinlich Gewinns an Bedeutung aus den eingangs schon erwähnten Gründen. Arbeitgeber haben zunehmend Probleme, geeignete Talente zu finden. Und wenn man die dann mal gesunden hat, will man diese Talente auch halten. Und da macht es schon Sinn, sich darum zu kümmern, dass die Arbeitnehmer sich im Betrieb wohlfühlen. Und wenn eine Person zentral für dieses Wohlfühlklima zuständig ist, ist das eine runde Sache. Also kann durchaus sein, dass das an Bedeutung gewinnt. Also bei mir im Amt gibt es keinen Feel-Good-Manager. Das muss meine Chefin alles in Personalunion noch selber erledigen und für gute Laune sorgen. Aber klar, kann definitiv ein Berufsbild der Zukunft sein. Es stand ja auch, ein Stichwort war ja auch, dass jetzt gerade nach der Pandemie sich so ein bisschen der Trend abzeichnet. Und die Leute wieder verstärkt, die Arbeitnehmer wieder verstärkt an den Arbeitsplatz vor Ort zurückzuholen. Warum ist das wichtig deiner Meinung nach? Ja, also trotz Videokonferenzen und allen digitalen Möglichkeiten, die es gibt, spätestens seit Corona ganz verstärkt gibt. Und die ja wirklich den Arbeitsalltag ja ganz sinnvoll unterstützen, ist der persönliche Bezug zu den Kollegen einfach durch nichts zu ersetzen. Also ich selber arbeite super gerne im Homeoffice. Aber ich merke es immer dann, wenn ich im Büro bin, profitiere ich vom persönlichen Austausch mit den Kollegen ganz erheblich. Der Diskussion, auch Kreativität und Innovation finden im Homeoffice wahrscheinlich deutlich reduzierter oder weniger statt als vor Ort, wenn die Kollegen zusammensitzen und sich gemeinsam Gedanken über ein Projekt machen. Ja, okay. Also die flüchtigen Begegnungen, die gehen verloren, wie du gesagt hast. Ja, das merken wir auch. Die Homeoffice-Tage sind meistens dadurch geprägt, dass man konzentrierter an einer Sache arbeitet. Aber die Kommunikation ist halt schon schlechter, wenn man immer halt anschreiben muss, ob jemand kann. Und so gehst du kurz nach der Tür weiter. Ja, okay. Genau. Nächster Punkt wäre die Möglichkeit, sich weiterzubilden und freier in der Arbeitszeit zu sein. Das sind ebenfalls Punkte, die sich Mitarbeiter häufig wünschen. Gerade Letzteres ist ja je nach Branche schwierig. Wie sieht das in der Steuerberatung aus? Kann das ermöglicht werden? Also gerade die Weiterbildung? Also zu den zwei Punkten, die du jetzt angesprochen hast. Also ich denke, Weiterbildung, die ist momentan ja so leicht und niederschwellig verfügbar wie nie zuvor. Da hat Corona ja einen Rieseneffekt auf bisher etablierte Methoden gehabt. Während man früher zu einem Präsenzseminar weit fahren musste und vielleicht auch übernachten musste, kann man sich jetzt in eine Riesenpalette an Online-Fortbildungen entweder live oder jederzeit verfügbar durch eine Auszeichnung dann in diese Fortbildung reinklicken, wenn es einem selber gut passt und wenn man es mit seinem Job gut vereinbaren kann. Also von daher glaube ich, dass der Weiterbildungsaspekt definitiv leichter geworden ist. Der zweite Aspekt, den du ansprichst, dieses Freisein in der Arbeitszeit, da gibt es natürlich verschiedene Perspektiven, die man in Einklang bringen muss. Das Arbeitnehmer wünschen sich maximale Freiheit, maximale Möglichkeiten, ihre Arbeit nach ihren eigenen Wünschen zu gestalten. Aber der Arbeitgeber ist ja auch ein Unternehmer und der muss ja auch schauen, dass sein Geschäftsmodell läuft und dass seine Kunden zufrieden sind und nicht durch die verringerte Präsenz seiner Mitarbeiter unzufrieden werden und letztlich, dass sein Unternehmen nicht mehr funktioniert. Und in diesem Spannungsfeld gilt es wahrscheinlich das Bestmögliche für beide Seiten herauszuholen, wobei die Arbeitnehmer wahrscheinlich perspektivisch in einer ganz guten Position sind, ihre Forderungen unterzubringen. Weil, wie gesagt, Arbeiterlosigkeit, die Arbeitgeber wissen, dass sie sich glücklich schätzen können, wenn sie gute Arbeitskräfte, gute Talente haben und sind sicherlich auch bemüht, die dann zu halten. Ja, vor allem ist das ja auch manchmal so ein bisschen wie so ein Paradoxon, sage ich mal. Das habe ich in der Praxis auch schon erlebt, dass eigentlich die maximale Freiheit sehr hoch gehängt wird, aber dass die Mitarbeiter dadurch selber, ich sage mal, das Gefühl haben, abgehängt zu sein oder selber schlechte Kommunikation beklagen, aber durch diese Freiheit halt. Also das ist so ein bisschen Paradoxon. Jeder will diese Freiheit, aber man merkt eigentlich schon, also so ganz so geil fluppt das nicht, wenn man denjenigen nicht neben sich sitzen hat, sondern erst mal irgendwie nach dem Termin schauen muss, wann man da mal anrufen kann quasi. So ein bisschen Paradox immer. Definitiv, ja. Ja, im zweiten Teil soll es um die steuerlichen Aspekte gehen. Das hängt natürlich von verschiedenen Überlegungen ab, was genau der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anbieten kann und beim Entscheidungsprozess, ob man mehr Gehalt zahlt oder Zusatzleistung gewährt. Was muss man da beachten, Lena? Ja, da kommt es ein bisschen drauf an. Also möchte der Arbeitgeber mehr Geld ausgeben, dann ist es aus steuerlicher Sicht kein Problem, weil steuerlich unterscheidet man ganz grob in zwei verschiedene Bausteine. Wir haben einmal die Bausteine, die steuerlich begünstigt sind, wenn der Arbeitgeber sie zusätzlich zum Lohn gewährt und es gibt aber auch die Bausteine, sage ich mal, diese Zusatzleistungen, die nur dann eine steuerliche Begünstigung im Gepäck haben oder die auch dann eine steuerliche Begünstigung im Gepäck haben, wenn der Arbeitnehmer in einem ersten Schritt auf Gehalt verzichtet und anstatt des regulären Steuer- und beitragspflichtigen Gehalts dann diese Zusatzleistung erhält. Und von daher kommt es so ein bisschen darauf an, will der Arbeitgeber echt mehr Geld ausgeben oder will er nur das bisherige Geld, das er ausgibt, möglichst steueroptimiert ausgeben? Vielleicht so kann man es ganz kurz zusammengefasst sagen. Hast du mal ein Beispiel? Wollte ich gerade fragen. Das ist ja was sehr theoretisch. Also Beispiel, wenn der Arbeitgeber beispielsweise seinem Mitarbeiter ein Geburtstagsgeschenk machen möchte und der Mitarbeiter müsste zuerst auf Gehalt verzichten, um dieses Geburtstagsgeschenk zu erhalten, dann geht der steuerliche Gewinn verloren. Macht der Arbeitgeber dem Mitarbeiter aber ein Geburtstagsgeschenk zusätzlich zum ganz normalen Gehalt, dann kann dieses Geburtstagsgeschenk vielleicht gar kein Arbeitslohn sein und in der Folge nicht steuer- und nicht beitragspflichtig. Beispiel, der Arbeitgeber gibt dem Mitarbeiter zum Geburtstag einen 60 Euro Gutschein und dann ist dieser Gutschein, der zusätzlich zum Gehalt dazu kommt, steuer- und beitragsfrei. Bei Gutscheinen muss man dazu sagen, gibt es noch so ein paar Besonderheiten, die man beachten muss, weil nur Sachzuwendungen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer quasi nicht zu Arbeitslohn führen. Das heißt, wenn der Gutschein als Geldleistung gelten würde, also wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die 60 Euro nicht als Sachgutschein gewährt, sondern zum Beispiel dem Arbeitnehmer 60 Euro schenkt, dann wäre das Ganze sehr wohl steuer- und beitragspflichtiger Lohn. Also man muss immer so ein bisschen aufpassen, ist der Gutschein eine Sache, dann ist er zum Geburtstag bis zu 60 Euro steuerlich und nicht beitragspflichtig und auch nicht lohnsteuerpflichtig. Das gilt natürlich für alle anderen Sachen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer zum Geburtstag schenkt, gleichermaßen. Also wir brauchen immer eine Sache bis zu 60 Euro zu einem ganz besonderen persönlichen Ereignis und das kann außer Ansatz bleiben. Das Gleiche gilt auch beispielsweise, wenn der Arbeitgeber kostenlos Parkplätze im Betrieb zur Verfügung stellt oder den Kaffeeautomaten in der Arbeit. Manche Unternehmen haben ja zwischenzeitlich auch einen Barista in der Empfangshalle, der den Mitarbeitern den ganzen Tag über Latte Macchiato, Cappuccino, was sonst so alles gibt, Kredenz. Das haben wir auch Marco, ne? Echt? Ja. Schön. Ja. Jetzt wisst ihr, falls ihr euch das schon mal gefragt habt, lohnsteuerlich ist da nichts veranlasst, also kein Arbeitslohn. Das kann der Arbeitgeber im ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesse, ist da dieser Steuerbegriff, seinen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das Gleiche gilt da für einen Wasserspender, also Kaffee, Getränke, unbelegte Brötchen. So wären auch in dem Sinne steuerlich nichts, da muss der Arbeitgeber aber schon wieder aufpassen, hätte er ein belegtes Brötchen mit dabei, das sich der Mitarbeiter in der Teeküche nehmen darf, dann hätte man steuerlich schon wieder eine Mahlzeit und eine Mahlzeit, die muss man lohnsteuerlich und sozialversicherungsrechtlich schon würdigen. Aber unbelegte Brötchen, Kekse, Schokolade, all sowas, das kann der Arbeitgeber. Obst. Obst, Obst, schwierig. Bei Obst zucke ich schon leicht zusammen, weil Obst sagt die Finanzverwaltung in einem BMF-Stamm zu den Reisekosten, Obst kann eine Mahlzeit sein. Also von daher, Obst ist aus steuerlicher Sicht nicht ganz so einfach, das schreit eher in die Kategorie billigtes Brötchen. Von daher, besser Schokokekse als Obst, zumindest aus steuerlicher Sicht. Widerspricht dem Gesundheitsfördergedanken, aber zu denen kommen wir später. Wie schaut es denn mit Bike-Leasing, EDV-Leasing und solchen Modellen an, wo der Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, ein Fahrrad zum Beispiel zu leasen? Also das nimmt definitiv auch zu, diese ganzen Job-Bike-Modelle sehr weit verbreitet. Da sind wir definitiv im Bereich Arbeitslohn, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Fahrrad auch zu Privatzwecken überlässt und dieses Fahrrad bei einem professionellen Anbieter leased und im Rahmen dieses Leasings dann dem Arbeitnehmer zur Nutzung überlässt. Überlässt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer dieses Fahrrad wieder zusätzlich zum Gehalt? Also muss der Arbeitnehmer auf nichts verzichten? Dann ist diese Privatnutzung steuerfreier Arbeitslohn, auch beitragsfreier Arbeitslohn. Wenn aber der Arbeitgeber das Geld nicht selber zusätzlich ausgeben will, sondern wenn er zum Mitarbeiter sagt, Mitarbeiter, Arbeitnehmer, bitte verzichte, Monat für Monat zum Beispiel auf 50 Euro von deinem Gehalt und stattdessen überlasse ich dir ein Fahrrad auch zur Privatnutzung. Das ist der häufigste Fall, so ist zumindest mein Eindruck. Dann sind wir leider aus der Steuerfreiheit raus, weil wir dann eine Gehaltsumwandlung haben und dann wird man diese Fahrradüberlassung so ähnlich bewerten aus steuerlicher Sicht wie die Autoüberlassung. Dann müsste man ein Prozent vom Wert dieses Fahrrads mal ein Viertel, also ein Viertel vom Listenpreis dieses Fahrrads, Monat für Monat als Geldwertenvorteil, also als Arbeitslohn, versteuern. Das ist dann das Jobradmodell quasi, oder? Genau. Das ist auf jeden Fall sehr beliebt. Bei uns wird das ja wirklich echt stark genutzt und auch ich habe mir auf diesem Weg ein E-Bike zugelegt, weil 3.600 Euro für ein E-Bike legt man nicht mal eben so auf den Tisch und das ist natürlich so ein spannendes Modell. Und nach einer gewissen Zeit, nach drei Jahren, kannst du es dann für einen überschreubaren Betrag übernehmen. Finde ich total spannend und macht den Arbeitgeber natürlich attraktiv, wenn er solche Angebote macht. Definitiv. Wenn du es dann später übernimmst, dieses Rad, nach drei Jahren, ganz üblich, wäre eigentlich der Wert dieses Fahrrads, dann wieder Arbeitslohn. Du zahlst was dafür, das ist wahrscheinlich weniger als der Marktwert. Also eigentlich müsste dann wieder die Differenz als Lohn versteuert werden. Aber diese ganzen Anbieter von den Jobbike-Modellen, die übernehmen die Steuern. Die haben da die Steuerübernahme sozusagen schon mit im Gepäck und einem Berechnung. Das ist von daher praktische Sachen. Habe ich wohlwollend auch zur Kenntnis genommen, als ich jetzt die Abschlussrechnung bekommen habe. Das waren es, glaube ich, noch 700 oder knapp 700 Euro, die ich noch zahlen musste. Und das ist halt deutlich weniger, als das Rad jetzt noch an Wert hat. Ja, wie sieht es denn bei den gängigsten Zusatzleistungen, sprich Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, Boni und so weiter aus? Was ist da zu beachten? Das sind die klassischen Gehaltszahlungen. Bei diesen ganz klassischen Gehaltsgeldzahlungen, da gibt es eigentlich keine wirklichen Gestaltungsmöglichkeiten für den Arbeitgeber. Also ab dem Zeitpunkt, ab dem der Arbeitgeber diese Zusatzleistung, dieses Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, den Bonus, die Tantieme, arbeitsvertraglich schuldert, ab dem Zeitpunkt hat er nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie steuerbegünstigt umzuwandeln, sage ich mal. Es gibt ja jetzt auch die Arbeitgeber, die zahlen freiwillige Weihnachtsgelder, freiwillige Urlaubsgelder, also ohne dass ein arbeitsrechtlicher Anspruch darauf entstanden ist. Und diese Arbeitgeber, die haben schon wieder Gestaltungspotenzial. Beispielsweise könnte sich der Arbeitgeber dann entscheiden, zum Beispiel jetzt im Jahr 2023, das freiwillige Weihnachtsgeld nicht auszuzahlen und dafür die Möglichkeit zu nutzen, eine steuerfreie Inflationsprämie an seine Mitarbeiter auszuzahlen. Und wenn das Weihnachtsgeld höher wäre, hätte er ja immer noch die Möglichkeit, dann ein kleineres freiwilliges Weihnachtsgeld zu zahlen. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem diese Zusatzleistungen arbeitsrechtlich nicht freiwillig erbracht werden, besteht die Möglichkeit nicht, das steuerbegünstigt umzuwandeln. Einige Arbeitgeber haben jetzt ja auch eine Energiekostenzulage gezahlt. Wie sieht es damit aus? Also vielleicht meinst du diese Inflationsausgleichsprämie. Ja. Also die gibt es, die können Arbeitgeber zusätzlich zahlen in ganz vielen Tarifverträgen. Beispielsweise wird diese Inflationsausgleichsprämie jetzt schon direkt mit bei den Tarifabschlüssen vereinbart. Das, denke ich, ist eine ganz gute Möglichkeit. Letztlich ist es dem Arbeitnehmer ja egal, wie der Arbeitgeber die Zahlung begrifflich nennt. Solange möglichst wenig Steuern bezahlt werden müssen, da ist der Arbeitnehmer, denke ich, am pekligsten drüber. Abseits von den Zusatzleistungen im Bereich Gehalt, Sonderzahlung und so weiter, gibt es da noch weitere steuerlich günstige Möglichkeiten, die der Arbeitgeber hat? Und wie beurteilst du diese? Also in aller Munde definitiv derzeit ist das Deutschland-Ticket, das 49-Euro-Ticket, das ist eine super praktische Möglichkeit für den Arbeitgeber, Monat für Monat seinem Mitarbeiter einen steuerfreien Sachbezug zukommen zu lassen. Entweder kauft der Arbeitgeber das Ticket selber und gibt es dem Arbeitnehmer, oder der Arbeitnehmer kauft es und der Arbeitgeber erstattert dem Arbeitnehmer die Kosten. Und wenn dieses Ticket zusätzlich zum Lohn gewährt wird, also wieder der Arbeitnehmer auf nichts verzichten muss dafür, ist das Ticket steuer- und beitragsfrei. Also das denke ich, das ist eine wirklich praktische Möglichkeit, bei der man sich nicht so viele Gedanken auch machen muss, ob man irgendwie steuerliches falsch machen kann. Die 50-Euro-Freigrenze nutzen ganz viele Arbeitgeber durch Gutscheine aus. Wir hatten gerade den Gutschein ja schon mal angesprochen zum Geburtstag. Und auch bei der monatlichen 50-Euro-Freigrenze ist es wichtig, dass der Gutschein Sachbezug ist. Also ein Tankgutschein beispielsweise, oder ein Gutschein von irgendeiner Ladenkette, den der Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer gibt, der kann Monat für Monat bis zu 50 Euro außer Ansatz bleiben, also frei bleiben, wenn es sich bei dem Gutschein um einen Sachbezug handelt. Das machen auch ganz viele Arbeitgeber, das ist mein Eindruck. Aber da aufpassen, also wie gesagt, der Gutschein muss einen Sachbezug sein. Ein Amazon-Gutschein beispielsweise ist kein Sachbezug. Da hat das Steuerrecht relativ enge Kriterien definiert, wie man mit Gutscheinen in Sachbezug reinrutschen kann. Aber das ist ja schon diese Plattform-Gutscheine und die Ladenkette, die kann ich überprüfen. Dann gibt es ja noch Dinge, die kosten kein Geld. Sowas wie den Bürohund, der Hund, der von zu Hause mitgebracht werden darf. Also es muss nicht immer nur monetär sein, sondern es gibt auch noch durchaus viele andere Möglichkeiten, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Spaß an der Arbeit zu bereiten und sie auch zu befreien von der Last, jetzt zu wissen, das Tier ist alleine zu Hause. Viele haben sich jetzt auch zur Corona-Zeit ein Tier angeschafft und stellen jetzt gerade fest, oh, ich muss ja zwischendurch auch noch mal ins Büro. Und dann gibt es inzwischen noch viele Arbeitgeber, die auch da Möglichkeiten bieten. Genau, ich hätte noch einen Punkt, weil wir sind vorhin mal ganz kurz, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte mir jetzt hier nur diese Worte aufgeschrieben, weil wir haben vorhin ganz kurz über Obst gesprochen und dann ging es um Schokokekse und dann hast du irgendwie gesagt, Gesundheitsaspekt noch. Wolltest du dazu noch was sagen, Gesundheitsaspekt? Gerne, also eine weitere Möglichkeit, was der Arbeitgeber weitestgehend ohne unsteuerliche Konsequenzen zur Verfügung stellen kann, sind alle möglichen betrieblichen Gesundheitsfördermaßnahmen. Und bei den Gesundheitsfördermaßnahmen, also ganz klassischerweise die Rückenschule im Betrieb oder der Yoga-Kurs, der im Betrieb stattfindet, der bleibt steuerfrei bis zu einem Höchstbetrag pro Arbeitnehmer. Ich denke, der Höchstbetrag bei 600 Euro pro Arbeitnehmer pro Jahr, wo der Arbeitgeber solche Kurse durchführen kann. Was relativ weit verbreitet ist, meinem Eindruck nach sind die Massagen im Büro, die fallen dort aber nicht runter. Also wenn es kostenlose Massagen in der Firma gibt, ist das keine steuerfrei betriebliche Gesundheitsförderung, sondern da muss man wieder schauen, ist die 50 Euro Freigrenze pro Monat vielleicht noch verfügbar, wenn nicht muss der Arbeitgeber das Ganze für steuern. Okay, ja, spannend. Und vielleicht noch eine Variante, die auch sehr häufig vorkommt, wo der Arbeitgeber nicht mal zwingend mehr Geld ausgeben muss. Wenn der Mitarbeiter ohnehin schon Laptop, Smartphone zur Verfügung gestellt kriegt vom Arbeitgeber und diese Geräte dann auch noch privat nutzen darf, dann ist das Ganze auch steuer- und beitragsfrei. Wenn sich der Arbeitgeber dann entscheidet, dem Arbeitnehmer Laptop und Smartphone zu schenken, dann sind wir wieder im Bereich Steuerpflicht. Da haben wir aber die Möglichkeit, einen günstigen Pauschalsteuersatz anzuwenden und dann bleibt es auch beitragsfrei in der Sozialversicherung. Also es gibt da wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Der Teufel steckt da wie so oft im Detail, aber wenn der Arbeitgeber sich ein bisschen damit beschäftigt, kann er seinen Mitarbeitern einigermaßen angenehm gestalten. So, warte, ich gucke jetzt mal gerade auf meinen Zettel. Aber wenn ich das hier sehe, glaube ich, haben wir die Punkte alle durch. Oder Frank, hast du noch was? Nee, ich nicht. Aber Lena wollen wir natürlich Gelegenheit geben, wenn sie noch etwas sagen möchte, dann kannst du das gerne an dieser Stelle tun. Ich schaue gerade mal, ob noch irgendwas so ganz Wesentliches fehlt. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, aber alle durchzusprechen sprengt wahrscheinlich den Rahmen. Ich glaube, die groben Punkte, die wir hier uns aufgeschrieben hatten, sind wir auf jeden Fall durch. Ja. Okay, dann ist die Frage, Frank. Haben wir noch Hinweise? Ja, aber natürlich. Wir haben zum einen natürlich den Zeitungsartikel aus dem Wirtschaftsressort der Welt mit dem Titel Gratis Kaffee bist Bürohund. Was Mitarbeiter wirklich wollen, den verlinken wir euch in den Shownotes. Das ist der Artikel, auf den wir eben angesprochen haben. Und außerdem verlinken wir euch noch einige Beiträge der NWB Steuerrechtsdatenbank zu den Themen Gehaltsumwandlung, Arbeitgeberzusatzleistung und Gestaltungspotenzial. Okay, ja. Dann wären wir damit durch am Ende der Sendung und bedanken uns bei dir, Lena, für das Gespräch. Vielen Dank. Danke euch. Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch da draußen fürs Zuhören. Wenn es gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Kommentare aller Art. Schreibt uns einfach an podcast.nwb.de oder aber ihr liked uns bei YouTube oder vergebt uns ein paar Sternen im Podcast Player. Macht einfach einen Daumen hoch, wie und wo auch immer ihr uns hört. Das würde uns super freuen. So, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. 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 Tschüss.